So, herzlich willkommen zur Opening Bell. Es könnte knirschen zum Handelsbeginn an der Wall Street. Zumindest deuten das die Terminbörsen an. Auf der guten Seite, wir haben die ersten Quartalszahlen mit PepsiCo. Dazu kommen wir gleich. Jetzt schauen wir erstmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe und dem DAX. Der hält sich eigentlich ganz wacker, wenn man überlegt, dass momentan der DAO so etwa 0,7 Prozent ins Minus gerutscht ist. Ja, Loos Frankfurt. Der hält sich ganz wacker, vor allem wenn man bedenkt, was da alles so auf ihn einwirkt, fast schon einprasselt. Wir hatten ja gestern auch schon einen nicht so tollen Wochenauftakt und die Konjunktursorgen sind nicht weniger geworden, eher im Gegenteil. Es ist eben diese Mischung aus ohnehin Konjunktur- und Rezessionsängsten, eine massive Energiekrise, die man befürchtet, eben die Sorge, dass das mit der Gasversorgung tatsächlich dann, nachdem die Pipeline Nord Stream 1 gewartet wurde, nicht mehr so hinhauen könnte. Und all das, haben wir dann auch gesehen, macht sich beim Euro-Dollar bemerkbar. Da haben wir auf einmal wieder Parität. Also da merkt man auch die massiven Sorgen, die da auf den Euro-Raum auch ein Stück weit zukommen könnten. Dann kommt aber auch noch aus China die Corona-Angst dazu. Also beziehungsweise eben die Furcht, dass dort Corona-Beschränkungen eben die Konjunktur wieder abwürgen könnten. Was würde das dann eben nicht nur für die chinesische Wirtschaft, sondern auch für die Weltwirtschaft bedeuten? Also da sind sehr viele Überlegungen, Ängste und Sorgen, die wir hier gerade am Markt haben. Dann hatten wir heute noch den ZDW-Index. Die Konjunkturerwartungen sind geradezu eingebrochen angesichts dieses Szenarios, allerdings auch nicht wirklich verwunderlich. Und ja, wie du sagst, dafür hält sich der DAX fast noch ganz ordentlich. Also wir sind die ganze Zeit schon im Minus, aber man sieht es hinter mir, er versucht immerhin zumindest immer mal wieder so ein bisschen nach oben zu kraxeln. Und worauf wir in dieser Woche ansonsten noch schauen werden, sind die Inflationsdaten aus den USA. Stichwort Geldpolitik. Aber auch die Berichtssaison in den USA, die startet dann mit den Banken. Ab Donnerstag wird da einiges an Zahlen reinkommen. Also einiges los in dieser Woche, aber bisher nicht unbedingt was Gutes. Ja, aber wir haben ja die ersten Quartalszahlen tatsächlich bekommen heute von PepsiCo. Die sind überraschend gut ausgefallen. Ich danke dir auf jeden Fall für den Überblick und wir schauen uns mal an, was denn sich da gerade abspielt. Sie sehen es, der Tech-Sektor, der hat ja aber auch gestern deutlicher verloren gehabt. Also von daher so eine kleine technische Gegenreaktion, die wir da sehen. Für den Dow geht es nach unten, S&P ebenfalls. Was haben wir mit dabei? Tja, der Euro-Dollar. Er war dann tatsächlich mal auf die 1,0 und damit auf Parität gefallen. Das ist das, worauf viele geschaut hatten. Ich hatte Ihnen ja heute Morgen schon gesagt, es ist häufig so, wenn dann tatsächlich diese Marken angelaufen oder vielleicht auch getestet werden, dann kommt es häufig schon zu einer Gegenreaktion, die wir hier vermutlich dann gesehen haben. Ob sie da ausläuft, werden wir natürlich in den kommenden Tagen beobachten können. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da noch ein bisschen Luft nach oben haben. Aber der übergeordnete Trend und die Rezessionsängste natürlich, sie lasten auf dem Euro. Wenn wir uns das Ganze mal sehr langfristig anschauen, dann sehen wir allerdings, das ist noch gar nicht so das Tief. Würden wir noch weiter nach links gehen, dann würden wir tatsächlich sehen, dass der Euro auch schon tatsächlich mal darunter war. Bei PepsiCo, ich hatte es gerade angesprochen, jetzt wollen wir es mal auflösen, die Entwicklung sehr stark im zweiten Quartal. Es geht ja darum festzustellen, inwiefern die Unternehmen in der Lage sind, die gestiegenen Kosten auf der Einkaufsseite an die Kunden weiterzureichen. Das ist Pepsi hervorragend gelungen. Der Anstieg im organischen Geschäft, also organisches Wachstum letztendlich, das wir gesehen haben, war zuletzt plus 13 Prozent im zweiten Quartal. Das Ergebnis der Gewinn je Aktie 1,03, ebenfalls über den Erwartungen. Es ist zwar ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorquartal, aber damit war gerechnet worden. Also das ist jetzt kein Beinbruch gewesen, das hatten die Analysten auch bereits mit in ihren Kalkulationen berücksichtigt. Interessant ist für uns natürlich, wie ist denn der Ausblick? Und da ist man bei Pepsi ebenfalls sehr zuversichtlich und sagt, man geht davon aus, dass man organisch 10 Prozent im laufenden Jahr wird zulegen können. Der Gewinn je Aktie wird bei 6,63 gesehen. Das entspräche dann gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 6 Prozent. Und da Pepsi kein Technologieunternehmen ist, sind 6 Prozent absolut in Ordnung. Also prinzipiell sieht man das, was wir schon vermutet hatten, nämlich die, die über starke Marken verfügen. Es ist ja nicht nur Pepsi, also es ist ja jetzt nicht nur die Büchse mit dem Softdrink, sondern es sind ja auch Cerealien mit dabei und Snacks sind mit dabei. Und andere Getränke sind ebenfalls noch mit dabei. Also sie verfügen über relativ viele und auch starke Marken und können das hier recht gut austarieren. Und von dort her sicherlich die ganze Geschichte positiv. Und es gibt natürlich dann so einen leichten Fingerzeig schon in Richtung Coke, von dem ja dann auch die Zahlen kommen werden. Und wo man dann durchaus erwarten könnte, aha, das dürfte sich ähnlich entwickeln. Also vielleicht hier so Abstrahleffekte, die auch dann von den Investoren natürlich wahrgenommen werden. Dass die Aktien jetzt teuer sind, jo, das sind sie. Aber es ist eben das, was momentan funktioniert. Und sehr viele Anleger überlegen sich dann natürlich, sie schauen auf die Kurse und schauen auf die Charts und sagen, naja, okay, das eine funktioniert nicht mehr, da kann ich allerdings noch Kursgewinne erzielen. Also dann schichte ich doch mal einen Teil meines Kapitals um. Und hohe Bewertungen, das wissen wir aus dem Technologiesektor, sind ja nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer Korrektur, die bevorsteht. Das kann sich relativ lange fortsetzen, bis es zu einer Neubewertung kommt. Canoo, ein sehr interessantes kleines Unternehmen, das so Elektromobile baut. Genau, so sehen die aus. Viel mit den Lieferfahrzeugen, die wir kennen. Damit hat es nichts mehr zu tun. Aber Sie sehen es, da steht schon Walmart drauf und das ist die Nachricht, die heute tatsächlich auch alle umtreibt. Nämlich Walmart, die viereinhalb Tausend dieser Lieferfahrzeuge von Canoo kaufen. Und deshalb die Aktie brachial vorbörslich im Plus. Wir haben vorhin mal ein Plus von 75 Prozent gesehen. Also da geht es jetzt steil zumindest mal in Richtung der Fünf-Dollar-Marke. Sie sehen, zu der Zeit, wo das mit den ganzen Start-ups und vor allen Dingen Elektromobilität noch wog war am Markt und wo die Angst vor Risiko noch nicht so ausgeprägt war oder überhaupt nicht ausgeprägt war. Da ging es für die Aktie deutlich nach unten. Dann der Abverkauf, weil sich alle gefragt haben, ist das nachhaltig, was ist mit der Gewinnseite und so weiter und so fort. Alles bekannt. Dann ging es, wie gesagt, stark nach unten. Selbst mit diesem Anstieg, jetzt mit diesem Deal, ist relativ wenig passiert. Also man sollte da vielleicht mal die Aktie durchaus ins Auge fassen, weil wenn Sie Walmart als Kunden haben und die ganze Geschichte funktioniert, dann spricht das natürlich dafür, dass wir da mittelfristig steigende Kurse sehen werden. Apropos, was macht Walmart gerade? Naja, Sie versuchen sich da unten irgendwie einen Boden zu basteln. Ich habe übrigens heute von Amazon mal mir diesen Supermarkt angeschaut, in den man nur noch reingeht und wieder rausgeht, ohne zu bezahlen. Alles wird automatisch erfasst. Das ist natürlich schon ein ordentliches Wort und da wird Walmart die entsprechende Antwort finden müssen. Sie sind natürlich, was die Technologie betrifft, sind Sie seit Jahren so in so einer Catch-up-Phase. Also Sie versuchen hier natürlich aufzuholen gegen Amazon, aber das ist natürlich mit enormen Kosten verbunden und natürlich auch mit einem Aufbau eines Liefernetzwerkes, also die Auslieferung ganz klar verbunden. Alles sehr kapitalintensiv. Bleibt allerdings auch eine hochspannende Geschichte. Bislang hat es Walmart meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Paladin, die machen gar nichts gut, aber sie haben jetzt zumindest mal erkannt, dass es so nicht weitergeht. Zuletzt gab es ja noch so Goodies für die Mitarbeiter, die bleiben. Die kriegen so kleine Boni ausgezahlt. Damit will man insgesamt die Motivation im Unternehmen wieder anheben. Aber die größte Motivation wäre ja, wenn man ein erfolgreiches Produkt hat. Und zwar nicht eines, was man vor Urzeiten mal an den Mann gebracht hat, sondern etwas, wo man sieht, aha, das Unternehmen, es kommt aus dem Loch wieder raus. Ob das funktioniert? Ja, steht momentan in den Sternen. Aber bei Paladin hat man auf jeden Fall erkannt, mit der Produktion dieser Bikes, das ist eine schwierige Geschichte. Und deshalb wird das Ganze jetzt ausgelagert an ein asiatisches Unternehmen, an Rexon. Und die sollen letztendlich dafür sorgen, dass das natürlich am Ende auch günstiger wird und dass man weniger Kapital einsetzen muss. Wie gesagt, ob es reichen wird, werden wir in den nächsten Quartalen sehen. Aber momentan sieht es halt eben nicht danach aus. Es sieht ganz viel bei Paladin danach aus, als wenn man da verzweifelt ist. Was man vermutlich auch ist. Ja, also und völlig zu Recht, weil das Geschäftsmodell sich als sehr, sehr herausfordernd, um es vorsichtig auszudrücken, herausgestellt hat. Wer will schon Tausende von Dollar für so ein Bike bezahlen und dann auch noch monatlich zur Kasse gebeten werden, um diese Kurse zu machen? Das passt momentan, glaube ich, nicht richtig in die Zeit. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Märkte heute entwickeln werden. Allzu viel habe ich nicht mit dabei, weil allzu viele Nachrichten gibt es auch nicht. Das macht die Sendung dann allerdings etwas kürzer. Wir sehen, wie sich die ganze Geschichte heute fortsetzt in den USA. Sprechen morgen früh drüber den Märkten am Morgen. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020